Heute mit dem Thema Abwertung, Entwertung, also das heißt, wie gehst du mit Bewertung um oder wie geht man generell mit Bewertung um? Und ich kann dir eine Sache sagen und ich werde auch hier wieder heute ein bisschen so persönlich Story erzählen, was ich so alles bisher in meinem Leben erlebt habe, was du daraus lernen kannst. Und lass uns mal zuallererst mal anschauen, was ist das denn überhaupt? Bewertung kommt ursprünglich, wenn du es googelst, kommt aus dem Thema Währung, also Abwertung, sondern nicht Bewertung, sondern Abwertung, kommt aus der Währungsszene. Also wenn eine Währung abgewertet wird. Also da finden wir nicht so ganz das, um was es eigentlich wirklich geht. Und dann habe ich natürlich ein bisschen weiter geforscht und was du mal googeln solltest, ist das Thema Entwertung. Und das ist total spannend, wenn du dir das mal durchliest. Und zwar eine Entwertung ist erst einmal ein psychologisches Stilmittel, so will ich es mal frei übersetzen. Also im Prinzip frei übersetzt nichts anderes als, dass ein anderer, also eine Entwertung ist das Gegenteil von einer Idealisierung. Also das heißt zum Beispiel Musikbranche oder Schauspieler, Künstler, die häufig idealisiert werden. Also so nach dem Motto, keine Ahnung was, der Musiker so und so, boah ist der toll, boah ist der super und boah ich bin totaler Fan. Das kommt zu einer Idealisierung gleich. Und die Entwertung ist das krasse Gegenteil. Und das ist einfach im Prinzip ein psychologischer Balanceakt, wie eine Art, also ein Schutzmechanismus, den jemand einsetzt, um eben nicht zu idealisieren. Sehr, sehr spannend. Also es ist ein Schutzmechanismus, mal als allererstes. Und eine Person, die an dir etwas kritisiert, also entwertet, abwertet, der, und das ist sehr interessant mal aus diesem Blickwinkel zu betrachten, der macht das im Prinzip deshalb, weil er, wenn er das nicht tun würde, an deiner Benchmark scheitert. Der scheitert. Ja, also das heißt, irgendwas von mir oder von dir triggert die Person und hindert die Person, einfach gut klar zu kommen. Also die fühlt sich nicht wohl, ja. Und das ist wie so eine Reaktion, so ein Reizreaktionsding. Ja, die Person muss den anderen platt machen. Ist ein bisschen crazy, aber ist so. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Vor allen Dingen, du wirst verschiedene Dinge sehen. Im Social Media erlebst du das ja ohne Ende, ja, dass andere Menschen, das ist völlig egal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache, habe ich kürzlich gemacht, über das Thema Kleidung, ja. Und was da an Kommentaren, kannst du übrigens meinem TikTok-Kanal folgen, Heinz Bosbach, da kannst du dieses Video finden, geht es um Kleidung. Und da geht, komm, 80er-Jahre-Style, ja, und der Podcast ist ja aus den 80ern. Also so richtig schön in die Schnüss rein, wie man im Rheinland hier sagt. Ja, ist doch totaler Quatsch. Wo lebt denn der? Der lebt ja hinter dem Mond, ja. Ist ja komplett oldschool und so weiter. Also wirklich Abwertung, bis der Arzt kommt, ja. Oder wir erleben das zum Beispiel auch bei Menschen, die erfolgreich sind, schickes Auto fahren oder ein tolles Haus haben, wo andere, ja, so eine Scheiße braucht man doch nicht. Wie kann man denn nur so eine Karre fahren, ja, Umweltverschmutzer und so weiter und so fort, ja. Das sind halt die Dinge, die passieren. Aber auch, was auch passiert ist eben, und du wirst das bei solchen Menschen merken, die eben sehr schlecht über andere Menschen, die sind halt generell destruktiv. Das sind Menschen, die auf der anderen Seite auch selber mit Wohlstand Probleme haben, die haben ein krankes Umfeld und so weiter. Also die sind schon sehr strange, diese Menschen, ja. Die sind einfach sehr, sehr strange. Und das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Und die gute Botschaft ist, Hate kommt immer von unten, von ganz tief unten. Und das sind auch Menschen, die überhaupt nicht reflektiert sind, ja, die überhaupt über nichts nachdenken. Der Punkt ist nur, was musst du tun, damit du damit umgehen kannst, ja. Und das Einzige, um was es hier geht, ist, dass du es erstens mal aus, also lernen musst, aushalten zu können, dass du lernen musst, dass es mit dir nichts macht, dass es dir nicht wehtut und dass du da sozusagen ganz easy mit umgehen kannst. Das ist das eigentlich Allerwichtigste bei diesem Thema Abwertung. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Webinar mit sehr, sehr vielen Teilnehmern auch. Ich glaube, über 250 Teilnehmer, die wir da drin hatten. Und ja, ich habe Gas gegeben und dann hatte ich wirklich Content geliefert. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit gegeben, mit mir in Kontakt zu treten, Termin, also mit meiner Firma, einen Termin zu vereinbaren. Und schon sofort in dem Moment kommt, ey, was ist denn das hier für eine billige Verkaufsshow und so weiter, ja. So, und auch hier wäre total interessant, weil guck mal, du lieferst etwas, du lieferst Content, wie auch hier in YouTube, ja. Wir liefern Content, Content, Content for free. Also einfach, es kostet nichts, einfach gratis. Ja, und dann, in dem Moment, wo du das erste Mal sagst, ey, wir könnten doch auch einen Austausch, ey, wenn dir mein Content gefällt, wenn du mehr lernen willst von mir, wenn du dich in deinem Business aufs nächste Level bewegen willst, wenn du mehr Umsatz machen möchtest, mehr Objekte einkaufen willst, ja. Dann, ey, komm doch einfach in mein Coaching oder buch doch einfach einen Termin, damit wir beide mal rausfinden, ob das funktioniert. In dem Moment, wo du das machst, ja, wo es auf einmal um Verkauf geht, dann wirst du auf einmal abgewählt, ey, was ist denn das für ein billiger Content? Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon sehr strange, ja. Also es ist ungefähr so, wie, du gehst in ein Autohaus rein, ja, und schaust dir irgendwie den neuesten BMW oder Mercedes an und dann kommt ein Verkäufer und du rastest komplett aus und sagst, ey, verschwinden Sie, was nehmen Sie sich hier heraus, wollen Sie mir etwa ein Auto verkaufen? Ja, also verstehst du, was ich meine? So, aber diese Menschen, und das musst du dir jetzt mal vorstellen, das war ein Webinar für Immobilienmakler und da war ein Immobilienmakler drin. Ich frage mich jetzt an der Stelle, glücklicherweise kann ich es heute sehr gut beschmunzeln und da ganz easy drüber weggehen und mich da auch gar nicht wirklich reinsteigern. Aber ey, der Immobilienmakler, der so agiert, der kann doch nicht wirklich erfolgreich sein. Das kann mir doch keiner erzählen. Warum? Weil schau, der macht jetzt am Samstag eine Besichtigung, ja, 10, 15, 20 Leute. Der muss doch immer, der muss doch immer, also entweder hasst er das Verkaufen, ja, dann hat er aber wieder hier, denk an den Abwehrmechanismus beim Thema Entwertung. Das heißt, der muss doch immer warten, also totale Opferrolle, der muss doch immer warten, dass jemand von alleine kommt, von alleine kommt und mit Auftrag droht und sagt, Hey, ich möchte unbedingt diese Immobilie kaufen, unbedingt möchte ich die kaufen, kommen Sie sofort vorbei, machen Sie eine Reservierung und machen Sie sofort den Kaufvertrag fertig. Ja, wie doof ist das denn? Ja, das heißt also, die Person kann ja niemals, also entweder hat sie so extreme Probleme, da reinzugehen jetzt und wirklich mal zu fragen, mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, Hey, was hat Ihnen denn an dem Haus gefallen? Was mögen Sie denn? Was hat Ihnen vielleicht nicht gefallen? Wollen Sie die Immobilie kaufen? Wäre das die Immobilie, die Sie gerne haben würden, die Sie sich wünschen, wo Sie in Zukunft wohnen wollen und so weiter und so fort, ja? Also diese Person hat einen Haufen Probleme, ja? Und jetzt kommt noch was dazu. Jemand, der ja andere entwertet, der kann ja noch nicht mal damit leben, dass jemand anders so ist, wie er ist, ja? Also wenn jetzt mit mir jemand sich unterhält und er hat eine andere Meinung, ja, dann ist das doch mal seine Meinung, also sein Denken, seine Haltung, wie er mit den Dingen umgeht und damit kann ich wiederum sehr, sehr gut umgehen. Das ist für mich total fein und auch total in Ordnung. Also ich muss ja auch mal die Meinung und die Einstellung und die Gedanken eines anderen verstehen können. Ja, und wenn ich die nicht verstehe, ja, dann ist diese Abwertung, diese Entwertung eben sehr, sehr nah. Und wenn ich eben nicht damit umgehen kann, dann wird es am Ende des Tages immer wehtun. Also ich kann dir nur empfehlen, überprüfe das mal selber. Und je erfolgreicher du wirst, umso mehr Leute wirst du auch auf die Platte bekommen, die dir diesen Erfolg mit Sicherheit auch neiden. Also du hast gar keine Wahl, als sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, vor allen Dingen damit klarzukommen und das nicht persönlich an dich ranzulassen. Und auch da haben wir natürlich Methoden bei uns im Training und im Coaching, wie wir damit umgehen kannst, ja, wie wir damit umgehen auch vor allen Dingen und wie wir dich da stärker machen können. Und meine Kunden berichten, dass sie durch die Live-Calls, durch die Übungen, durch die Trainings alleine schon auch in diesen Bereichen auch mit nervenden Kaufinteressenten viel, viel besser umgehen können. Und aus diesem einfachen Grund kann ich dir nur empfehlen, hier ein kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren. Wenn du mit dem Thema Abwertung oder Entwertung ein Problem hast und dich das immer wieder triggert, dann wird es höchste Zeit, deine Fähigkeiten zu verbessern. Das kannst du bei uns. Und hey, ich freue mich auf dich. Vor allen Dingen lass ein Abo da, ein Like da. In diesem Sinne alles Gute. Bis dahin. Ciao.